dann zufühl dass die es auch drängt allerdings doch nicht das denken hier waren da so nahe ist ja nicht wie die scheiß community man dann ist alles so geht es los so kommentare ziehen wir mal rüber kann ich nicht viel lesen bei dem scheiß game weil du bist einfach so krank konzentrieren die ganze zeit bisher nur empfohren dann versuche ich mal einzuladen wir drücken auf 200 geben noch wenn es liste bin ich drauf warum auch immer keine ahnung und klicke ich mal auf nicht drauf der verfolge ist oder nicht aufgemacht vielleicht weiß dass du auch gemacht da wird direkt nur rocket league aufgemacht oder was ich habe heute am besten kapitel verlinkung halt auch zählen geboten links online gehen die bogen kehren liga die läufstiger von was ist denn dass die musik hat haben die vorstelle eine kranke gruppen einladung so den chat natürlich noch überholen die die rung nicht so einfach so eine kacke jedes mal ist ein festes fenster ist erster du warst zweiter mein lieber alexander war erste florian schönen namen der die mäuse wir gucken jetzt noch ein bisschen rocke die eine stunde maximale wie auch jeden fall im bette so und die jetzt hier auf ding auf spielen das ist jetzt renken quasi competitive immer ranglose machen über eine ranglos hatte man kurz auch hier und darauf kompetitiv geklickt verstehe ich nicht sind gerade ranglos wahrscheinlich oder wenn wir ja wir müssen die zehn spiele ballern wieder neue season ja klar sagt sie müssen jetzt diesen banken bist du schon wieder ist neu ist das meinte ist neu ist diese entscheidende wir müssen jetzt in einer games machen bist du schon wieder bei war sein gesperrt und nötig einfach bis zum abschalten gerade das game faktor ein bisschen ab aber zum runter kommen eine stunde ein bisschen dieses lockt ich habe zwar jetzt die rückwärts fahren taste umgestellt ich hoffe das kriege auch ein bisschen den griffes ungewohnt ist ich mache muss ja oder oder eine du die regel jünger hat ein scheiß ist nicht gebraucht jetzt kommt automatisch rückwärts fahren und diese scheiß anzeige von den kids von den ding seit dass er kommt die umständiger kommt die anzeige wie viele punkte da ist das machen ich kann ich rückwärts fahren es geht nicht so wie mit vier kommt die kompensieren das ist ja auch ein bisschen klein oder nicht ja okay das leiden ich ich kann die bremden das komplett rollig mit der voran gewöhnen er habe ich breit gefahren ja lappen weiter aber wie grüß dich wird kein rückwärts fangen ob so richtig leute ich hab's verkackt bro da wollte ich den anderen bus einsamen da hinten kommt ja ich habe ich habe ihn erst mal weg gesagt man da kommt oder close ist ich bin toll und auf jeden fall errichtung ich bin toll sie macht es jetzt auch schon er kommt er kommt er kommt er kann ich dich oder gibt es da ja richtig 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 und dann wie breit die verleihung ich schaffen sollte aber ich habe kein guter den bus auch noch eingesammelt oh die kräfte da kommt richtung tor der kommt richtung tor ich glaube die richtig gut junge mit vorliegern von dem bus zu holen ich mache ein ding sie war ein ding sie also der kommt dran ich mache ja ja ich sie nicht jetzt verkackt ich komme mit dem brenzen nicht glaubt er einzig um die scheiß dings an diesem bild ich bin doch in die rinne haben müssen den scheiß das kann nicht sein dass man ich brauche das genau von der rücken gekommen rückwärts fahrknopf ist kaputt und dann muss ich auf l1 rückwärts weil er wird immer diese anzeige mit angezeigt kommt nicht drauf das bedeutet wir haben trotzdem dann das kreiber nach händen zwischen bringt mir nichts mit dem rückwärts verkaufen sich mal bremsenbaum schesque war bekommt oder wichtig und richtig mein guter grüße fast von der ostsäge mein lieber family oder was mit dem bist du da aber junge muss das ding irgendwie raus in diesen anderen anzeigen ob nach der runde du musst du musst du wirklich noch ein kontroller bestellen jetzt auch wieder richtig neuen controller angepriesen er hat ein video gemacht so hochwertig sein und häptliche schweiner der macht es macht es sagt gegen ihm sonst eine partnerschaft mit kaffee gekündigt und so weiter aber heftig zufrieden mit skaff und so weiter es hat er also das hat letztens erst ein video gemacht und das war echt vielversprechend aus aber von dem controller aber so richtig schön jetzt kann man kaufen aber die geht im tor erstmal musste das mal ich kann nicht mit dem scheiße ich glaube ich sollte es dann glaube ich den hier sind da die sticks hin und die pädelsin im nächsten mal ich glaube die koffe ich habe nicht gekriegt aber auch nicht richtig ist ein tor aber ich krieg es nicht ein bisschen mit raus halb weil das völfer sollte ich genau dann nie kurz vor der drehung gemacht wo und der wenigstens nicht ich mache ich mache ich habe ich bin dort euch gefahren ich bin dort die von mir fitten dreckskorn junge ich habe kein muss ich muss mal nach vorne aber wichtig jetzt mir passen ich bin ich in dem scheiß rückwärts von fack mich übelst abjohlen gar nichts oder wegspieler singe obwohl wo die also sexy junge hat kurz meine shit auf und spulen oder spiel ist abgekackt wenn wir wollten dass wir da aber es wird ein bisschen knapp wir haben weiter von menschen zu bringen ja wohl die gedanken ich kann es mir rückwärts von gerade nicht mit dem scheiß knopf bringt nichts kommt jetzt mir ich habe ich habe du bist ja du bist fürd mehr ich werde es kommen ja bin ich ich habe ein lots haben wir haben einen fern hat das war ich glaube mir mir wollen ein bisschen drüber ist mein gott was das für dings waren für renkte wollen mal gucken wenn man ein seiner jetzt mal mit dem bus an die fahrt bei dem schade einigen da sind sie fliegt sondern zeigt man ja und dann ist es da der eine dk jahre ich muss umständlich hier raus im haupten die kurzbräu muss einfach bei den links ausstellen komplett weg oder mit einem anderen packt ob der 1 glaube ich oder so was ist ein einziger bisschen das wäre auch ich weiß nicht also tasten mit dem ändern das ist normal 1 rückwärts fahren und da sind wir ein bisschen l1 nach hier l1 ergebnisliste dann mache ich einfach den links an luxe rein so habe ich gemacht und jetzt wir sagen die nächste wir haben die komplett hilft da ja mal ein zehn spielen sehen schick aus die kontrolle von denen aber auch feuer aber wenn ich halt nicht stimmt also immer meistens jetzt haben wir schon ich glaube september ist ja schon oktober dass die steuer daran sagt wir müssen noch irgendwie ein bisschen ausgaben irgendwo her nehmen irgendwas kaufen der jedes jahr noch mal so der gott ist das ist ja der gott ist und irgendwann will ich mir das ding holen warum nicht ich habe ich keine ahnung was ich mir sonst vor dir kommt tor digger was haben die jetzt immer was wir machen das war ich habe jetzt die kontrolle angeguckt oder was ich fahre brauche ich fahre keine ahnung hat nicht gerealisiert bis jetzt spät auch schon aber die gerichtige und der andere sagen würde nicht kommt rein ich versuche das glück das ist ja auch der scheiß man du wix hier ab da hat er kommt zu uns brauche oder ich die starke aufgelegt aber für den ich mache der kam hin jungen scheiße und was denn da los oh shit brah ich bin dabei komplett lustig er kurz hat die worte kurz die gar sind pack scheiß in den ball was du gerade schuld hatte ich war es gemacht richtig attacke hier menschen mal zu denen teilweise ein bisschen 3 ist natürlich nicht viel essen aber was ist das für gegner sind die zu mir passen macht er das ding jetzt hier was jetzt macht ich habe gerade so die gar ein bisschen nur angedippten scheiß darüber zu mir machen machen was jetzt macht leider genau unten am boden aufgegriffen ja dann sind wir schon verkackt dann hat mich richtig los machte ich habe ich habe die nicht schlecht weiter mich überfahren der latten ich hatte mich alles gut ich habe ich habe ich mache jetzt kommt die sexy sexy nabeln nils grüßt euch ich weiß ich weiß ich freite die drei wahrscheinlich jetzt aber die geschehen schön schön immer wieder gemacht ich versuche das ist eine picke bro er hat den buch bekommen weil ich brauche von double cock den booster links jetzt nach vorne stammiger was geht und kriegt sie auch richtig richtig geil die einfach ein wein spiel benutzen aufgeben kommt schon wenn ich grüße ich habe bisher gesperrt warum denkt er nicht gesperrt würde ich ja noch geben zu geläutern bin ich gesperrt haben wir jeden tag sieben stunden war und dann ist immer froh wenn am wochenende mit grüßen einfach entspannen kann bei einem controller nach hinten nehmen kann sie vor krippelte scheiß haltung gerade ein bisschen wie ich meine ist einfach das braucht man einfach mal leute jetzt ob er selber das game wahrscheinlich ganz oft und wenn der sieben stunden jeden tag war dann zocken wird irgendwann selber kommt ja da kann man glauben ist ja sehr man kriegt die auch mal flucht man schreiten dass jeden tag nähe leute ein bisschen wiegst eine stück zum abend und da kommt man muss dann immer wieder dieses chat an alter mal wieder bei mir im spiel es ist gott genau so eine gleiche ausstellung die dinge sind sie da ausgestellten fix glaube ich hier wollte das ding versuchst du mir das kriegst glaube ich nicht doch wie du mich heute geht der konto scheiße ist ja nichts machen ich habe die ich sage nur ich habe da auch nur die kein stress an die die alles gut oder war mit ihr vielleicht macht es nur so einmal sind herr pölfer ritten wo der weg gedrängt ein bisschen noch mal weggedrängen so leicht berührende ich den schwung auf hatte weil er kommt richtig scheitere richtung drecks vorlage der verweilung geben junge wirkstoff amuli und eine bande braune richtige pick an ja 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 er kommt ja wohl die die alter du hast aber mir so aus dass ich ihn auch ein bescheinert ich glaube nicht wird er schwierig versuch mein glück den guten diamond bescheinbar sein als der diamond ja naja und einmal einen renken leute dann für unsere ein bisschen einfacher die ranked games die einen games zumindest immer relativ auf diamond dabei der platte ist relativ weit oben und wir zocken das gern so gut wie nie bro aber wenigstens mal weg vom turbo und daran der andere politik und ich wollte erst mal kurz wie ich mache und daran ja er ist wahrscheinlich denn dann habe ich geschafft über die mittelfeld jetzt ich mache jetzt nur gespannt ich war zurück zum poli nicht dass er wieder rein geht er dribbelt schon passt auch schon die zwei spielen nicht gut zusammen das war wirklich weg da du ich passt da machen wir ich habe jetzt die bremste drüge mit einer klopfen wo sowas kommt davon ich bin gespannt ich bin eigentlich mittelfeld nicht getroffen küsse immer irgendwie ein bisschen achten gute die spiele also die haben sich drauf ach man eingeschrieben waren die in dach braucht nicht ich mache die weggewege weg so machen wie die richtung links hatte jetzt der dubi ach ja so close bro ein scherz trock noch irgendwie immer mit dem scheiß scheißen dreck junge ich weiß eigentlich schon ab jetzt sagt ja das ist mal ich bin gleich mit dem kurs jetzt war noch mal richtig links versuchst du mindest auch die gar nicht im gut warum ich tot warum nicht verstehen die nicht wie ich hätte bei drei mal im jahr das game reicht einfach nicht aus für solche dudes oder ist ganz geil in gold und andere dinge in gold das war nicht für einen renken platin 3 danach kommt direkt ein und leute zeit schwierig müssen wir öfters ballern ich glaube ich so jetzt gerade meine ich bei 3 1 verloren als zwei verlorung ja jetzt mal mit vier euro an die wäsen an der weide aber das game das dreimal im jahr weil wir letztes sie sind damit worden dass ich immer so eine scheiß gegner ja ich habe waldschelang so bando einfach so ein bisschen wie ein anderer style wie immer diesen doppelkopf dauern jawohl war es doppelkopf da neulich über die mit der freund mit der vorderaktion ist ein eskalier glaube ich gerade oder 99 ein bisschen nach rechts und links und dann kam dies dabei raus noch mal ditschen die jetzt die deutschen auto kannst ah so close bro ein ding ist kein bus pro kommen zu uns richtig ich habe eine vortrag ein bisschen kommst du ran und wir zu uns ein bisschen bei denen kommt sagt bitte was wir gerne passende max aber wird gescheid ja ja kein booster der gott ich habe einen jump gemacht aber ich hoffe diesmal ja sie die andere mein lieber ich muss das nicht mal oder was oder weiter ich wollte aber zurück das aber der kommt doch sogar oder richtig wichtig das machte ich bin ja ich bin dass ich bin dass ist das turnier mit weise gar nicht mehr froh aber ich habe gesagt zu viel schlechten weiber moody du musst oder du musst was wir lassen hier kommt rein dass ich es weiß 30 dürfen sie mir auch wenn er die schlechten weib einfach richtig wichtig schön mittelfeld ich komme also mal kommt es auf mich zu ich versuchte den wettbewerb ganz gut ich gehe vor stark ist die missnall die bro die jungen waren die weg ich kann ich kann ja vielleicht ja ich wusste nicht ich habe zu schräg für mich wichtig meiner tasche ja aber florian wenn sie schon vorher die community ein bisschen bekriegen und sagen ja liebe teacher mit kann nicht spielen und so weiter ich den bock drauf was bin ich in jenemals ich glaube ich ja mach halt bis chef deswegen fragt sich und jetzt ich habe mir geklickt es ist sowieso das lüfter über der lüfter überbruch ich bin auf hauptmenüge ich bin auf hauptmenüge gewesen ist wieder an wann wäre ja wie meinst du das haupt ja so ein bisschen was nö hallo chrissy wie bist du da ich mache das ding ich hoffe ich bin der bixer jetzt meine breite von mir die spiktas gehen noch richtig hart junge zudem machte das noch nicht recht bro aber gut die sind gut die sind besser hier jetzt habe ich doch ein bisschen mucke zum glück hoch so ich ja ja oder was wie geht denn der ball in der was für eine knolle bro die sind ja die sind ja ich merke schon ich merke schon ich meine die meils fliegen im boss hat den kriegen sie sogar bro ich brauche das nicht wir waren beide zusammen gerade hand in hand haben wir auch sehr sehr viel wert in dem moment wir wussten gerade bei der reine da wollten wir sagen ich habe euch aber auch ich hätte es mir zu gut in die reine überführende auch immer gleich Da kommt richtig Gay und der scheiß Ball, Junge, Nutten, Junge. Du Bro? Jo Jo Jo. Jo Bro, nice hand, Digga, let's go. Ich hab da leer vorbeigeflogen, ja, trotzdem DJ hat's, hau, man, oder, du, ich bin dir. Ich nehm mal so bescheiden, Junge, du drin gehen ja, hau, Digga. Ja. Hau Vasern rein. ich mache das ding jetzt immer die köhle brauche ich dran bin ich dran oder ich brauche von unfall ist nicht das genau die kreuzung nimmt sich nicht absichtlich nicht ich habe ich machen gerade die jungen leck mich am arsch man junge nicht jetzt durch den scheiß er drückt auch ich sie aus stunden josh namen christian grüß dich durch den scheiß buchseil durch den bus halt mit dann durch die band gegen jeden scheiß bei den kriegen wir nicht würde sind abkupe das andere heißt dass wir mit dem tor mit der andere du dir geht es wieder vor ja noch mal nichts weniger genau das versuche das ding oder kommt zu uns im tor diga die garnicht vom heißt auch die grau oder weiß ich auch nicht der ist ja nicht ich habe zu sprechen jetzt zu dem scheiß kackdarm jungen aber die g und dann auf anhört ich will nicht die machte der lene obwohl ich mir echt immer richtig gut mit verstellte autos könnte wo ich gleich mal bei dem nachbarn ins fenster reingekloppt der dinge ich fahre raketen auf die nachbarn in das kleine kackfelser oben in den lukern ja und da sind wir alle weg daran da kann ich so wie viel dann muss ich vorkommen mit meinem bruder meine freundin gesagt mein papa ist mit der so peinlich braucht darüber ist man kann er macht ja den anderen er kommt man kann braun weiß das über oder so ist Was soll er denn mit? Komm mal, ob ich Bande wird, Bro. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Dann hab ich hier so viel Boost eingesammelt, gerade. Ich hätte ihn so richtig im Tor gebaratet, gerade. Oh, scheiße. Ich hab hier so viel Boost gesammelt, gerade. ich habe kein buch mehr gab wo die machen wir jetzt mal wirklich kann der linkseite kommen junger dieser scheiß baster der dreck der deal ist zwischen mir und kann wir machen jetzt bis hier verlieren ich würde sowieso machen spiel zu eigentlich wieder metro exodus war auf jeden fall bestimmt stammt den wieder kein bock mehr handel oder nicht mehr gelassen oder zum beispiel anfang sind eine stunde abends metro zocken immer mehr immer mehr sachen die man damit gekriegt hat die man irgendwie modden konnte und die waffen auf jeden bauen konnte wahrscheinlich geil ich habe einfach echt nicht gedacht beim metro manchmal war es echt ein bisschen so ok ja man läuft dadurch seit ein paar vier ab aber denn das ganze crafting system mit der werkbank und rucksack und munition kraft und die waffen komplett verändert hat echt bock gemacht wie sagen denke mal auf jeden fall ich wollte den jetzt reinkommen bist du verlierst politik ein absolutes ding das scheiß band in der vorlage für die wegzellige das sind die baller junger irgendwie so ein bisschen mitte mäßig und er war gut der war richtig gut ja was er mir gemacht war das ding versuchte singen ich habe versuchte geradeausbau hat das ding reißen ich habe immer noch also ich mache ich mache ich weg habe ich nachher ja ich habe erst muss jetzt okay oder also bei dem am rauf und hier wahrscheinlich schwierig aber den zwei wixern auch falsch angesetzt alter gott sei dank ist er daneben gefahren also bei der broder geht rein die ein boost müssen kreide da sie auch mit dem bus die kreide und die anderen muss kein mit der bütze brauche kein muss die ich die zum tor nach bescheid jetzt braucht man doppelkopf sie fühltiger kommt zu dir brauche ich mir erst mal ein tor gut aus ich komme langsam langsam vor schade millisekunde grüßig also close junge kam so schön wie die sekunde die kommen auf jeden fall machen die machtbar sind macht weil sie nicht zu sicherheiten dinger die machen wir schon irgendwie versuchen ja blieb ich hin brauche ich wusste nicht ich habe den buska brauche ich den ball zu kriegen die ist zu schnell gewesen die story richtig 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 ein gott was sind heute so wichtig das war so wichtig wir müssen alle sie waren die gut hier warten immer ein bisschen abgerade das scheiße ich sieg im topro so wenn ich versuche zumindest ich wollte es jetzt so richtig kommt zur anbau kommt aber das war richtig wichtig kommt das machst du was machst du die wichtig junge meine guter wichtig junge immer 39 kalte blondes du musst du musst ich bin hinter dem aber ich habe ich richtig dankeschön dankeschön wir machen das ding hier die soli die soli die weg die weg die wegkirche sie dann kommt die du das ganze spornbrow ein bus bro das wurde ich habe ja herr kommt gerade aus so ein bisschen richtig 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 gute 321 20 sekunden ich mache das ding die waldiger ich habe kein bus egal sechs sekunden ich bin drinnen ich habe auch kein bus brauche hat sie nicht bin mein guter trotzdem dinge das ist ein problem ich muss auch pinkel muss auch schnell aufs klo ja er hat man sie da Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 egal was hast du nicht rein oder was er mich breit gefahren er du dich breit gefahren bro what the hell junge was machst du jetzt was machst du jetzt gemacht er ist nicht schlecht ich denke mal er das auf unserem niveau glaube ich erdiger ich glaube dass wir nicht so schlecht okay ist jetzt für ihn das auf jeden fall der ball richtung ein gutes mittel mittelfeld macht er jetzt das macht er jetzt und hier war für uns gut wird ein bisschen prediktet aber ich glaube geht nicht reiner geht bande macht er jetzt raus und das gute ist guter versuchen bald trifft leute jetzt auf jeden fall gut an wo ich sehr das auf jeden fall gut er ist auf jeden fall gut er tut es auf jeden fall gut so wie man gut davon sein der bilder das habe ich richtig gut da rückwärts ja moody's macht es trotzdem macht er das macht er daraus wurde zu drüben was macht er jetzt was macht jetzt wo es direkt okay die ein euro ist alles gescheitert aufgeben können sie mir das letzte bier mein zimmer bringen danach ist auf jeden fall dass wir alle so lange da noch gewonnen ok ok es wird vielleicht so schlecht im sohn läuft sogar besser als im ding sei dahin und das gedacht leute dass wir so irgendwie macht sogar mehr aber gerade als du nicht mehr aber wenn man den beispiel richtung tor geht man schon so ein bisschen okay das läuft in die richtige richtung ich bin ja hier kein probier und aber das war der hat für ein ring habt ihr das gesehen ich habe heute verachtet wir wollen ja letztes sieben waren wir diamond zwei gar nicht einmal 1 warum auch immer hinter mir war keine ahnung ok ok was macht er jetzt schon mal ein gutes zeichnet sehr gut ist eigentlich jetzt ist auch den ball jetzt wird auch immer das gut jetzt gut ist ein guter spieler ist ein guter spieler den zum guter spieler moody's ok ok hat er nicht getroffen den macht er jetzt wieder wahrscheinlich an der scheiße das war mir gay diga come on bro bei gut von weniger rückwärts hier gemacht ist auch nicht sehr gut jetzt gut das gut sie muss gut ich habe den bus nicht bekommen ich habe gar keinen bus von hinten weiß was macht er jetzt traurig macht er noch einen dicken pass oder nicht er macht in den tor einiger was für anlag die tor was für ein anlag die tor was für ein anlag die tor du basta diga fahre diga aber er macht einen guten job weil er ist gut das ist genauso mein niveau obwohl ich ewig nicht bezockt das scheiß geben ja klimas jetzt rennen oder nicht brauche schwierig er macht ihn raus er macht daraus gibt er den da ist ein richtiger kein bus bei der leute kein bus weiter dann hat mich breitiger fährt mich breiter kacklappen row ein ding wahrscheinlich oder ja sein ding oban das gut egal gutes ding egal gutes ding amodi ich muss jetzt zwei zu 0 der ist gut und er ist gut er macht er predigt den scheiß diga er legte den scheiß und jetzt haben wir haben jetzt brauche ich mich fertig an der bande bro steigt an der jungen ist nicht so auf mir krass anlage da habe ich spiele gerade einen rank games im solo letzte season diamond bei mir gewesen ist es halt relativ rieger dumm von mir die richtung jetzt verkackt ich habe verkackt ich habe zu spät gefahren ich muss mich konzentrieren ich muss mich bei der leute das hat voll verschissen den ersten start gerade leute komplett geschwitzt eine sekunde reicht aus der millisekunde dass er das ding reinhaut heißt leute ok 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 2 3 diga das ist noch alles offen leute heute zog ich kein maus aber ich habe heute abend worden gezockt gab die die heute nicht mehr wo einfach bis zum entspannen rocke liegt sondern auch wieder wo die im tor also richtung bei denen auf jeden fall was macht er daraus ok er macht das bei uns so gutes ding gewesen guter pass verkackt die hat voll verkackt die das weizen das ding das war für ihn die kreide das war für ihn die einmal verkackt dann war ist das problem war ist dass sie dann war ist das so was von weiß dafür zock ich zu selten liga ich aber haben müssen den ball wenn ich jetzt quasi auf seinem niveau wäre und das geben ständig zocken würde ich den beibringen haben müssen aber mein werk wo er ein bisschen verkackt er tut doch jetzt was macht er doch mal ein ditch oder nicht wer macht noch mal ein ditch egal wie ziemlich rollen hat er verlagd diga das hat er verlagd diga das hat er verlagd diga das hat er verlagd diga auch so ein bisschen rein so jetzt habe ich ein bisschen lag hoffe ich doch auf die ganze zeit eine minu für zwei tor wenn jetzt die early games gut laufen ist es machbar wenn ich aber pech ist aber auch egal wie er nachher sowieso jetzt verlieren pen rückwärtsseite rinnen soliger let's go bro ein tor auf 50 sekunden der drückt mir die daumen ist echt spannend weil ich auch keine ahnung warum aber so spannend gerade sind so happy junge wenn du einmal den ball verkackt weißt du genau der gut hat den ball jetzt haben wir wieder ein bisschen diesen ja komm komm digga 55 ist so spannend oder es ist besser als 16 grad und packt das ist so spannend absolut die lichtes absolut die lichtes junge hätte jetzt wieder vorder macht ihr den auf stopp er fährt ja mit vor und er macht aber nicht er macht die bande glaube ich ja da verkackt auch immer so ein bisschen über den bus gekriegt ja ich habe gar kein boost rückwärts einfach rückwärts fahren gut ja gut jetzt anguckt er dann rückwärts braun rückwärts clip das clip dass einer clip das wieder einer teil ist in jedem verkackten ja jeder gruppe das war absolut ja ohne scheiß ich habe probieren durch die löschen aber neun sekunden die gewinnen das wahrscheinlich wenn wir glück haben gewinnen wir das ich habe nichts gesagt ich habe nichts gesagt nichts gesagt ich habe nichts was für ein anlag die tor nichts mit können zu tun gab dann einfach nur glück gehabt wenn jetzt wieder glück hat er nun er hat wieder glück er hat wieder glück bei er hat wieder glück pro warte fack was für nack was für nack wir müssen jetzt wir müssen jetzt wollen wir müssen jetzt wollen wir müssen das in korn wir müssen mit raus wir müssen mit kommen wir müssen mit kommen er hat sein gemacht scheiß weg leute er zwei gemacht wo er zwei gemacht was soll der für einen rang leute was soll der für einen rang tut er hat aber gut gemacht und schon das game muss man mal gg sagen dass man sich aufregt da gerade ein ring oder was leute ach ja so knapp leute so knapp das game haben wo dies so viel anlage der first war wenn er nicht sitzt dann war es das halt für dich ich hätte mir für das öfters mal ein bisschen so dass ich spiele das game auch sechs jahre ich spiele das game eine woche im jahr glaube ich brauche ich habe ich sehe da selber ziemlich zockt das game auch nicht irgendwie auf stream ich zockt das game ein zweimal im jahr bin ich einfach viel zu schlecht dafür aber trotzdem macht es bock wir kriegen halt immer gegner die so ungefähr auf unserem level waren letztens hießen sprich diamond und platine abzeuge sehen die letzten ein rank games im duo die haben damit spiele gehabt und platten spieler zeit schwierig für uns weil die zocken wahrscheinlich jeden tag das geld wir zocken das 1 2 mal im jahr im komplett raus trotzdem hat es bock gemacht auch so dass der bock gemacht jetzt was den pendeln verloren vielleicht wird ja noch mal sonntag vormittag ein bisschen wenn wir keinen bock mehr fordern haben jetzt war echt spaß gemacht ich wünsche noch einen schönen abend darf gut wenn was schönes erleben bis sonntag am buddys bis sonntag schönes wochenende welchen lang bist du dürfte gerechnet haben wir haben auch die matthi hat das lobe gekauft matthi ist jetzt nicht so der stand die bestand die auch mal ist nicht so gut das gehen wir erst mal ein bisschen lernen aber trotzdem macht es bock zu drittiger gut im tor stehen kann zwei pushen ein bisschen macht echt bock das game so und jetzt geht es in der falle am wo die nacht melder roman bis ab morgen ein schönes und mittag ich hoffe es servus stefan ein guter gute nacht immer du hast mir doch immer geschickt ja bloß geschickt ihr habt das hast du mir geschickt wobei telegramm ja heute mal kurz damit zwei nachrichten hier von dir das ist das sie das sprach habe ich geschickt höre ich mir gleich an die aufstehen bin bock ist am sonntag ja lieben heute schönes wochenende bleibt gesund habe ich liebe sie sind auch rein ich melde mich bei dir stefan gleich noch zurück über telegramm